Und dieses Modell bringt sich in Neue Deutschland, der hat geist Europa und die ganze Welt. Und deshalb haben wir hier auch internationale Gäste da von der EPA Speakers Tour, organisiert von ATAK, Rot für die Welt, Forum und Umweltuntermitteln. Und Sie bringen hier Redner aus anderen Teilen der Welt, die uns zeigen, welche Folgen globale Freihandelskommung im neoliberalen Sinne haben. Ich begrüße hier auf der Bühne die Worten Takam. Ich bin so glücklich, dass ich hier heute hier in Solidarität mit der Leute aus Deutschland und ich weiß, was Sie fühlen sind gerade jetzt. Ich habe hier seit 10 Jahren erlebt, Unfair trade deals with the EU. So I know how difficult this is. So I am here to tell you as much as possible, please resist TTIF as much as you can from where we have this economic partnership agreement with the EU. So I am here to say if these agreements, if these trade agreements were good agreements for the population of Germany or the EU, then this agreement will never have been secretive. They are not democratic deals. So please, as much as you can, resist TTIF. Resist them because us in Africa, we are suffering from trade deals because our local industries are dying, our services are collapsing. So we are here to tell you as much as you can, please stand on your feet, say no and oppose and according to the NPC's mission, oppose to these trade deals. ... Wir haben jetzt eine sehr gute Frage, um mit uns zu gehen. Jeder Frau, was auch wieder angezeigt hat, Freihandelsabkommen, heißt ein Beschleidung der Landwirtschaft, heißt, dass es darum geht, die lokale Industrie, dass die nicht geschützt ist und dass Servicedienstleistungen unter Druck stehen. Es geht also hier auch darum für uns, den Widerstand zu leisten, es nicht zuzulasten. Diese Verhandlungen, diese Abkommen sind keine guten Abkommen. Das zeigt schon allein, dass es keine Transparenz gibt. Und deswegen ist es gut, hier zu bleiben. Deswegen soll uns die Worte eine solidarische Nachricht aus Afrika verbreiten. Danke nochmal. Ein tolles Schöner Land. Wir lassen uns auch auf der Beste. Kein Anruf von der Demo-Leitung. Der Bahnhof ist jetzt wohl geschlossen. Bitte, alle, die auf dem Platz sind, geht zu Brücker, auf der Brücke auch weitergehen. Bitte nicht auf den Ender stehen und zuschauen. Geht bitte weiter, sonst geht es hier nicht weiter. Die Leute, die hier an der Bühne stehen, bleibt einfach noch ein bisschen an der Bühne stehen. Und vorne geht weiter über die Brücke, dass das hier frießen kann. Dankeschön. Und Sie können auch noch ein bisschen an der Bühne stehen. Danke. Und so, ich möchte jetzt sagen, dass ich bitte auf den Bühne stehen. Bitte, dass Ihr Unternehmen nicht zu verbreiten. 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 Danke. Vielen Dank.